Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den No-Cow-Bons von Penny im Test aus der Food for Future Edition. Denn die haben es jetzt ja auch dauerhaft ins Sortiment geschafft. Als es die eine Aktion gab im letzten Jahr, ich habe sie leider nicht bekommen. Jetzt werde ich sie gleich mit euch zusammen zum allerersten Mal probieren. Ich habe sie gestern aus dem Penny mitgenommen. Aber man könnte von veganen Chocobons sprechen. Das heißt, keine tierischen Zusätze, keine Milch, kein Shellac, keine Insekten, von denen ja häufiger mal die Rede ist in diesem Kontext von diesem Produkt. Alles, was so schokoladig glasiert ist und was in der Hand nicht schmilzen soll, da wird ja gerne Shellac als Überzug verwendet. Shellac wird auch gern als, ja, das soll ja von der Blattlaus stammen und wird aber auch gerne als Nagellack benutzt. Da habe ich auch schon gehört, dass das ein cooler Nagellack sein soll. Und ja, das ist auf jeden Fall hier ohne Shellac. Es ist mit Coke auf Kokosmilch Basis und ich bin sehr gespannt, wie die so schmecken. Die Original Chocobons haben übrigens 5,8% Haselnussanteil. Diese Bons haben 5,3% Haselnussanteil, aber dafür 38% Kakao. Also sie können nicht so ganz mit dem Haselnussanteil der Chocobons mitziehen. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken. Ich habe mal so und mal so gehört, aber wenn die dauerhaft ins Sortiment gekommen sind, können sie ja eigentlich gar nicht so schlecht schmecken, oder? Ich werde mal gleich die Tüte aufmachen. 180 Gramm, 27 Stück sind hier drin. 2,49 Euro habe ich zuletzt im Preis gesehen. Vielleicht sind sie jetzt ein bisschen teurer oder billiger geworden. Ich werfe manchmal einfach viel zu schnell die Kassenzettel weg. Aber Hauptsache, ich habe erstmal hier die No... No... Oh Gott. No. Nein. No-Cow-Bons in der Hand. Sag mal, habt ihr auch Probleme, No-Cow-Bons auszusprechen? Komisch. Ich möchte nämlich immer No sagen. Aber Now werden sie jetzt geöffnet und in der Großaufnahme angezeigt. Und zwar, yes! Zack! Hm, riecht ja irgendwie schon mal interessant. Die No-Cow-Bons ausgepackt. Ich wollte schon wieder Now sagen. Einige haben es hier schon auf die Couch geschafft. Hier habe ich einen für euch etwas zerlegt. Auf Kokosbasis, beziehungsweise auf Basis von Kokosmilchpulver. Von außen sind die wirklich kaum zu unterscheidig, finde ich. Ich mache nochmal einen auf. Schaut mal. Die sehen nämlich echt aus wie... Ach, guck mal, hier ist er. Da hatte ich doch noch einen ausgepackt. Glänzt sogar ein bisschen. Erstaunlich. Und ich bin sehr gespannt, wie die gleich so schmecken. Und jetzt wird probiert. Die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben. Also mit Chocobons hat das überhaupt nichts zu tun. Nicht mal im Ansatz. Geht das irgendwie in die Richtung. Die Idee, diese Snacks ist cool. Hätte sie vielleicht Kokonat-Milk-Bons-Drops genannt. Oder so. Oder mich von dieser Anlehnung am Boss komplett verabschiedet. Und einen eigenen Snack draus gemacht. Und würde man sie nämlich neutraler bewerten. Und sie nicht mit den Chocobons vergleichen, was zwangsweise kommt, wenn er als Bons steht. Und bei dieser Form. Da enttäuschen sie sich auf ganzer Linie. Aber unabhängig von diesen Chocobons-Vergleich. Sind die gar nicht mal so schlecht. Und die Haselnuss kommt da überhaupt nicht durch. Das geht so ein bisschen unter. In dieser Kokos-Milch. In dieser Kokos-Konsistenz. Geschmacklich. Also es schmeckt nicht nach Kokos. Das wäre auch jetzt gelogen. Es hat schon so was Milchiges. Aber hat das so einen anderen Nachgeschmack irgendwie? Nee. Das ist es nicht. Das geht nicht in die Richtung Chocobons. Das hat das so ein bisschen suggeriert. Ich würde dem Ding einen eigenen Namen geben. Und wenn es nochmal darum geht, Chocobons in der veganen Variante rauszubringen, probiert es bitte nochmal aus. Und macht nochmal eine andere Version davon. Würde mich schon interessieren. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute da draußen werden sehr glücklich über richtig coole vegane Chocobons. Das Produkt als Süßigkeit ist echt nicht schlecht. Wohl nicht neutral. Sieben Punkte geben. Aber als Chocobon-Vergleich wäre es ein Punkt, weil es wirklich überhaupt... Na, vielleicht zwei Punkte. Weil es überhaupt, naja, nicht im Ansatz den Geschmack da wirklich trifft. Schade. Hatte mich eher drauf gefragt. Aber nichtsdestotrotz sind die lecker. Also als veganes Süßigkeitenprodukt gebe ich dem Ganzen sieben Punkte. Probiert es mal aus, wenn ihr Bock auf was Süßes habt. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.